Hi, ich bin's wieder Lars von All About Samsung, endlich mal wieder mit einem neuen Video und auch direkt mit einem Gerät, wo ich sagen muss, darauf habe ich mich ein klein wenig gefreut. Denn wer 2016 aufgepasst hat, weiß, dass ich mich 2016 das erste Mal in Saugroboter verliebt habe. Ja, ich finde die Dinger praktisch, ich gebe es zu, es sind für mich so mit die nützlichsten Gadgets, die man tatsächlich im Haushalt haben kann, ist aber vielleicht auch nur mein persönlicher Geschmack. Auf der CES 2017 hat Samsung dann mit dem VR7000 einen Saugroboter vorgestellt, der in einem Preisrahmen theoretisch liegen könnte, der interessant ist und der kommt jetzt auch nach Deutschland. Coole Sache, habe ich mir geordert, hier ist das gute Stück, ich werde jetzt kein richtiges Unboxing machen, sondern wir gucken uns einmal jetzt den Lieferumfang an, dann werden wir das Ding auspacken, dann werden wir das Ding aufbauen und einrichten. Und das war es dann schon mit dem ersten Video, es wird nämlich in zwei Teile geteilt. Im zweiten Teil des Videos, beziehungsweise im zweiten Video, gibt es dann den Test des VR7000 und, was ich auch noch interessant fand, ich habe mir einen anderen Saugroboter noch geordert, wo ich mir dachte, welcher Saugroboter wäre preislich und in Sachen Funktionsumfang für mich interessant. Da habe ich das gute Stück hier gefunden, mehr dazu dann aber im zweiten Teil des Videos. Jetzt würde ich erstmal sagen, auspacken, Lieferumfang anschauen, aufbauen und einrichten vom VR7000. Leider wurde bei mir die Verpackung auch als Versandkarton genutzt, deswegen sind da drauf ziemlich viele Aufkleber und so weiter, deswegen gucken wir uns das jetzt nicht weiter an. Interessant ist auf der Verpackung Arbeit, dass es den Powerboard VR7000 in insgesamt drei Farbvariationen gibt, nämlich einmal Satin Titanium, dann einmal Satin Gold und einmal Satin Blue. Meine Freundin findet die blaue Version ganz cool, ich muss sagen, ich finde die Version, die wir hier haben, nämlich dieses Satin Titanium, also ein mattes, titanfarbenes Gehäuse, eigentlich ganz schick. Wobei schwarz finde ich immer, oder dunkle Farben finde ich immer schwierig bei einem Saugroboter, aber dazu später noch mehr. Ansonsten stehen so ein paar Features auch auf der Verpackung drauf, nämlich, dass es gut auch an Kanten, an Wänden rankommt, dass es eine relativ starke Saukraft hat und trotzdem sehr flach ist dabei, dass das Ding auch noch eine Möglichkeit hat, die Bürste von Haaren zu befreien. Klingt alles ganz gut und WiFi ist an Bord. Also, jetzt würde ich sagen, so viel zur Verpackung. Jetzt finde ich es wiederum wichtig, wenn man so ein Ding hat, dann soll das ja richtig viel Arbeit abnehmen. Und dann wäre es ja ganz gut, wenn der erste Schritt dann auch ist, dass es sehr einfach in der Einrichtung ist. Und deswegen Schritt 1, auspacken. Das heißt, da wird das Ding erstmal geöffnet und ihr seht es, da ist das Ding tatsächlich sehr einfach verpackt drin. Man hat einmal ganz viel Dämmmaterial, dann hat man in diesem Dämmmaterial einmal einen Ladeadapter, eine Fernbedienung und einen Ersatzfilter drin. Das seht ihr hier, das ist so ein kleiner Ersatzfilter mit Schaumstoff. Macht auf mich den Eindruck, dass da wenig durchkommt in Sachen Staub. Und das war's. Die Ladestation ist allerdings ein Klopper. Schauen wir uns gleich beim Aufbau noch was weiter genauer an. Ansonsten hat man hier drin logischerweise einmal den VR-7000 selber. Den schauen wir uns gleich noch was genauer an. Und dann hat man da drin einmal ein Benutzerhandbuch und logischerweise auch eine Dockingstation, damit das Ding an die Wand fahren kann. Und außerdem einen kleinen Sensor, nämlich einen Virtual Guard. Hier ist das gute Stück jetzt mal ausgepackt mit dem kompletten Lieferumfang. Und das erste, was auffällt, wenn man es mal auspackt, hier sind eine ganze Menge Folien dran. Und wenn man die abzieht, dann hat man glossy schwarz zum Teil. Und ich weiß noch nicht, wie es mit eurem Saugroboter oder mit eurem Staubsauger geht. Der ist normalerweise da, wo es dreckig ist, nicht wo man einen Reinraum hat. Und Staub und schwarze glänzende Oberflächen wiederum, ja, die mögen sich sehr gerne. Sondern nur, ich mag das nicht anschauen. Ich habe zwei andere Saugroboter, die sind beide weiß oben und das nicht ohne Grund. Und Staub, darauf fällt weniger auf. Auf einer schwarzen Oberfläche, naja, das müssen wir uns dann mal im Test was genauer anschauen. Das gleiche gilt dann auch im Übrigen für die Station. Wenn man sich die nicht nur anschaut, dann sieht man, ja, es sieht schön aus. Wenn man sie gerade ausgepackt hat, dann sieht sie sauber aus und edel. Aber normalerweise steht das Ding unten am Boden, wahrscheinlich in irgendeiner Ecke des Raums, damit da nicht irgendeine ganz präsente Saugroboter-Schippen steht. Und das heißt, auf einer glänzenden, schwarzen Oberfläche, das ist eine Sache von Sekunden, bis da Staub drauf ist. Also ich weiß nicht, ob die Farbwahl hier so wahnsinnig clever war. Jetzt einmal zum sonstigen Look vom VR-7000. Auf der Oberseite hat man erstmal die Bedienelemente. Also da kann man dann wählen Start-Stop, dann kann man sagen, zurück in die Ladestation. Und das hier dürfte eine Art Spot-Reinigung sein. Das heißt, im Umkreis von, ja, ich glaube Meter oder Meter 50 oder so, reinigt das gute Stück dann. Schauen wir uns dann im Test was genauer an. Was auffällt, das wiederum scheint dann doch sehr durchdacht sein. Die meisten Saugroboter haben auf der Unterseite oder auf der Rückseite irgendwelche Auslässe für die Luft, die gereinigte Luft. Und damit pustet man zum einen nicht ganz saubere Luft wieder in den Raum. Und zu anderem verwirbelt man damit anderen Staub auf der Reinigungsbahn. Das ist natürlich eigentlich eine suboptimale Sache. Und der VR-7000 macht das zumindest deutlich intelligenter, weil es sieht danach aus, als wären die Luftauslassschlitze auf der Oberseite des Geräts. Ihr seht die hier oben. Das heißt, hier wird dann die Luft am Ende wieder rausgepustet und verwirbelt nicht irgendwie die anderen Staubelemente, die noch auf dem Boden sind, womöglich ein Areal, wo noch nicht gereinigt wurde. Also das wiederum ist durchdacht. Ansonsten haben wir auf der Oberseite hier den Laserscanner oder das Mapping-System. Das heißt, hier drüber wird dann nach oben und in die Richtung sehr viel an Daten gesammelt, damit man überhaupt das Ganze erkennen kann, wohin er reinigen soll. Und dann haben wir hier natürlich den wichtigen Punkt, nämlich Cycline Force. Das hier ist die Reinigungskammer. Das heißt, Samsung hat hier so ein kleines drehendes Element drin, was dann den Staub nochmal von anderem Staub und Gröbe und Schmutz trennt, sodass der Filter nicht komplett verschmutzt wird. Wenn ich das öffnen möchte, dann drücke ich hier immer auf Push. Dann kommt diese Box hier raus. Ihr seht, die ist relativ klein. Aber aus Erfahrung reicht das meistens für drei, vier, fünf Tage ohne Probleme. Und es hat den Vorteil, dass zumindest der Gröbe, Schmutz und so weiter dann nicht in den Filter hier reingedrückt wird, sodass der dann nicht immer total verstopft. Der Filter selber wirkt auf mich fast waschbar. Eigentlich eine coole Sache. Die meisten anderen Filter sind immer mit Lamellen. Also das hier macht eigentlich einen guten Eindruck. Was mir dann aber wiederum nicht gefällt ist, wenn man sich das Ding was näher anschaut, dann hat man hier auf der linken Seite und hier auf der rechten Seite zwei Buttons oder zwei Elemente, die gedrückt werden müssen, damit man den Filter von dem Behälter selber lösen kann. Das heißt, ich muss dann hingehen, hier drauf drücken und ihr seht es, das gibt kaum nach. Also ich drücke hier jetzt ein bisschen drauf. Da ist nicht irgendwie ein richtig fühlbarer Widerstand. Und dann muss ich hier irgendwann ziehen und dann geht das auseinander. Finde ich tatsächlich nicht elegant gelöst, weil das Problem ist, da drin ist Staub. Wenn ich dann Kraft brauche, um das hier rauszuziehen, ihr seht es, das ruckelt. Und naja, die Gefahr ist, dass mir dann irgendwo entweder Staub wieder rausfällt, weil ich muss das Ganze ja optimalerweise so halten dabei, damit hier der Staub drin bleibt und ich das dann so rausziehen kann. Und die Gefahr ist einfach bei sowas, dass ich dann wieder Staub irgendwo anders hinkippe. Finde ich nicht ganz optimal gelöst. Da wären mir irgendwelche richtigen Arretierungen und eine leichtere Lösung aus dem Behälter etwas lieber. Ansonsten haben wir hier drin selber nicht viel. Da sieht man zumindest nicht viel. Also da ist natürlich viel drin. Das heißt, hier haben wir einmal den Einlass. Das heißt, hier kommt die Luft raus. Die dreckige Luft wird dann gereinigt. Dann hierdurch rausgepustet durch den Filter. Und dann am Ende verwirbelt hier raus, wieder rausgeschossen. Mehr sieht man hierzu nicht. Also da kann ich drauf drücken und das war's. Also hier sieht man nicht wirklich was. Das hier dürfte eine Art Sensor sein, der dann dem Gerät sagt, ob ein Behälter ja drin ist oder so oder irgendwie sowas in die Richtung. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und dann drücken wir das Ganze einfach am Ende wieder rein. Einmal ordentlich drauf drücken. Fertig. So ist das Ding jetzt in der Theorie einsatzbereit. In der Praxis müssen wir uns aber noch ein paar andere Punkte angucken. Wenn wir das Ding nämlich jetzt drehen, dann sehen wir auf der Front eine große schwarze Leiste. Das heißt, das hier ist die Front des Geräts. Das hatte ich bei dem Vorgänger, beziehungsweise dem letztjährigen VL 9250 auch. Hat damals meine Handlung nicht erkannt, ist dann mega gegen gewemst und hatte hier ziemlich große Macken drin. Werden wir darauf aufpassen im Test. Und man muss einfach sagen, auch das ist wieder Hochglanz schwarz. Also naja, aber ich kann mir vorstellen, dass man Macken vielleicht nicht so sehr da drin sehen wird. Mal abwarten. Dann hat man hier zwei Flächen, die nicht so richtig wichtig sind. Aber, es wird schon angedeutet, man hat hier eigentlich eine ziemlich lange Kante. Und da wird es dann wieder interessant. Denn wenn wir das Ding jetzt mal umdrehen, dann sehen wir über diese komplette lange Kante hier eine rote Gummilippe. Die habe ich euch im Hands-on schon mal eingefangen. Und da sieht man das, dass er je nach Betrieb diese Gummilippe ausfallen kann, damit an die Wand ranfährt, um dann stark zu saugen. Also, das ist interessant. Also, das könnte wirklich ein gutes Feature sein. Und überhaupt, schaut euch diese Breite an. Das ist eine extrem breite Saugleiste. Nur im Vergleich mal vom Xiaomi Mi Bot. Das ist hier die Bürste. Also, das ist nicht ein kleiner Unterschied, sondern da sprechen wir fast über 10 cm Unterschied in Sachen Bürstenbreite. Also, von so bis so, das ist schon echt einiges. Die Bürste selber, es sind Gummilamellen. Das sind keine richtigen Bürstenhaare zwischen. Die Gummilamellen, die sind leicht geriffelt. Könnte gut sein, um irgendwie Staub irgendwo rauszukriegen. Ich finde es allerdings interessant, dass hier keine Bürstenelemente oder so dran sind. Und, was auch interessant ist, ist, auf der Innenseite der Bürsten, da kann man so einen kleinen Metallring erkennen. In diesem Metallring sind winzig kleine Messerchen, die sorgen dafür, dass wenn sich hier drin Haare verfangen, werden die über diese Elemente in die Mitte gebracht und werden dann hier von den kleinen Messerchen zerschnitten. Das ist ein wirklich gängiges Problem bei Saugrobertern, dass sich Haare in der Bürste verfangen und dann irgendwann Möselm rausgefrickelt werden. Das soll hiermit deutlich reduziert oder vermieden werden. Dann haben wir hier nochmal ganz viele Einlässe für Luft oder Auslässe. Ich weiß nicht richtig, irgendwelche Elemente auf jeden Fall noch und wird die Luft halt irgendwo darüber reingeleitet. Hier haben wir dann noch die beiden Ladesensoren, mehrere Rädchen, die das Ding dann auch stützen. Hier kann man dann das komplette Element hier sichern oder eben entsichern. Das heißt, wenn ich beides hier entsichert habe, kann ich auch das Element hier rausnehmen und dann kann man sich auch ganz gut diese Schneidelemente anschauen. Also hier seht ihr wirklich Metall und wenn man dann mit dem Finger drüber geht, dann ist das sehr rau. Das heißt, die Möglichkeit ist hoch, finde ich, dass hier Haare auf jeden Fall wirklich zerschnitten werden drin. Dann könnte ich jetzt auch diese Bürste hier austauschen. Finde ich wichtig, dass auch sowas nach ein, zwei Jahren oder so mal getauscht werden kann, wenn es denn dann verschleißt. Und das ist hier extrem einfach. Dann wird hier die Luft reingeleitet und das war's. Und wenn ich möchte, kann ich dann am Ende die Bürste wieder nehmen, einmal reindrücken. Und zumindest die Wartung, die ist hier sensationell einfach. Das war's auf jeden Fall jetzt schon in Sachen Wartung. Einmal beides festgedrückt. So, und dann ist das Ganze wieder gesichert und in der Theorie einsatzbereit. Dann gibt's hier noch eindrückbare Räder. Ist natürlich wichtig, um verschiedene Höhenniveaus ausgleichen zu können und dann auch mal vielleicht über eine Türschwelle oder sowas drüberbomstern zu können. Und hier ist ein genereller Ein- und Ausschalter. Das war's. So, umgezogen in den Lebensraum von VR7000 für die nächste Woche. Nicht ein Teil meines Wohnzimmers. Und dazu gibt's jetzt zwei Punkte zu sagen. Ein Punkt steht hier in der Ecke. Ich hab hier nämlich schon einmal den Vorwerk VR200 und den Xiaomi Mi Bot Vacuum. Das ist ein Saugroboter von Xiaomi. Den werden wir uns im zweiten Teil des Videos ein bisschen näher anschauen. Jetzt im ersten Teil müssen wir das Ding hier erstmal aufbauen. Und da gibt's beim VR7000 einen Punkt, den man erwähnen muss. Denn, ihr seht es, die beiden Saugroboter sind hinten an der Wand. In der Ladestation ein kurzes Kabel geht bis zur Steckdose. Fertig. Beim Samsung VR7000 wird das ein bisschen schwieriger. Denn die Ladestation, die seht ihr hier. Relativ kleine Ladestation. Sie ist auch schon ein bisschen kleiner als die von Vorwerk. Und mehr oder weniger auch ein bisschen kleiner als die von Xiaomi. So weit, so gut. Und sie fängt jetzt schon Staub. Meine Güte, ich hab das Ding noch nicht mal aufgebaut. Naja, auf jeden Fall so weit, so gut. Das Problem ist, das ist nicht alles, was das Ding braucht, um Saft zu kriegen. Sondern, dann gibt es auch noch den Trafo und das Ladekabel. Also, das hier ist dann das Netzteil plus Ladekabel. Dazu muss man sagen, in den Stationen kann ich einen Teil des Netzteils einfach aufwickeln und dann entsprechend ein variables Kabel haben. Beim VR7000 habe ich auch ein variables Kabel. Nämlich hier einmal ein langes Kabel und dazu dann nochmal ein langes Kabel zu dieser Box. Also dem Netzteil selber hin. Das heißt, insgesamt habe ich damit vielleicht drei Meter Kabel. Schön gut, aber dann habe ich auch so einen Klotz hier rumliegen. Bei mir ist das nicht so tragisch. Ich habe hier so ein mehr oder weniger Rekamere. Hinter der kann ich diesen Teil des Netzkabels verstecken. Wer das aber nicht hat, der wird sich hier ärgern, weil dann habe ich eine Ladestation und muss dann gucken, selbst wenn ich das hier aufgewickelt habe in der Ladestation, habe ich daneben so einen Klotz liegen. Der ist nicht wirklich schön. Hätte man meinen Geschmack nach besser in der Ladestation untergebracht. Ich weiß aber, dass das auch so ein kleines bisschen eine Glaubensfrage ist. Der eine mag das lieber. Ich persönlich hätte es trotzdem besser gefunden, wäre das in der Ladestation untergebracht. So, und soviel zum Wohnzimmer. Ich würde mal sagen, jetzt einmal schnell das Ding aufbauen. Nur um einmal deutlich zu machen, was ich meine, habe ich hier jetzt mal alle Saugroboter nebeneinander aufgebaut. So wird das nicht bleiben im Test, sondern die kommen wieder zurück in ihre Ecke. Aber ihr seht es, der Xiaomi steht hier alleine. Ich müsste nur noch ein Kabel weg haben von der Ladestation. Auch der Vorwerk steht hier alleine. Ich müsste nur noch das Kabel weg haben von der Station. Beim Samsung ist hier die Box. Oder aber ich nehme ein sehr langes Kabel und lade das weg oder lege das weg. Das geht. Also ich könnte das noch ein bisschen weiter wegrollen und dann lege ich die Box irgendwo hin. Aber sie muss halt irgendwo hin. Und da finde ich einfach die Lösung eleganter, das direkt in der Ladestation verbaut zu haben. Ansonsten werden wir im zweiten Teil des Videos auch noch mal mehr auf die Feinheiten eingehen. Also die Bauhöhe. Man sieht, das sind alles relativ flache Saugroboter. Der Vorwerk würde ich sagen und der Xiaomi sind einen Ticken flacher als der Samsung. Dafür hat der deutlich mehr Saugkraft. Aber wie gesagt, das ist ein Teil für den zweiten Teil. Jetzt würde ich also sagen, wie kriege ich das Ding eigentlich jetzt laufen? Wie kriege ich das mit dem Wi-Fi verbunden und so weiter? Das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. So, aufgebaut und angeschlossen ist das gute Stück. Jetzt möchte ich es mit dem Smartphone verbinden. Und dafür habe ich mir hier auf das S7 Edge die Samsung Smart Home App runtergeladen, die mit 2,8 Stern erschreckend schlecht bewertet ist. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Wenn ich das Ding jetzt aber öffne, dann bin ich erstmal angemeldet mit dem Samsung Account. Und das hier ist noch der alte Saugroboter. Den wollen wir aber nicht, sondern wir wollen ein neues Gerät hinzufügen. Und da wird er jetzt keins finden, denn er ist noch ausgeschaltet. Das heißt, ich muss jetzt erst einmal zurückgehen und den VR7000 aktivieren. Dazu geht man dann hin, dreht ihn um und legt hier diesen Schalter einmal um. So, haben wir gemacht. Soweit, so gut. Und danach würde ich sagen, ab damit in die Ladestation. Machen wir auch. Und jetzt ist das Ding aktiviert und fängt sofort an mit einem Countdown. Und ihr seht es hier, da läuft ein Countdown runter. 3, 2, 1, ganz langsam. Aber sobald ich das Ding anschalte und in die Ladestation schiebe, will er erstmal losfahren und lossorgen. Ihr seht, das gibt so einen kleinen Ton. Und dann steht hier so ein paar Menüpunkte. Das würde ich aber jetzt eigentlich gar nicht. Aber naja, muss ich anscheinend. Das erste Mal, wenn ich den anmache und in die Station schiebe, startet er offenbar erstmal das Ding. Naja gut, sei es drum. Deaktiviere ich gleich sofort. Auf jeden Fall jetzt erstmal in die App und dann Gerät hinzufügen. Das kriege ich auch noch hin. Also einmal Gerät hinzufügen und dann anderes Gerät hinzufügen. Saugroboter. Und danach muss ich die Taste Uhr auf der Fernbedienung länger als irgendwas drücken oder es passiert automatisch. Hier wurde das jetzt tatsächlich automatisch gemacht. Ich habe da jetzt nicht viel gemacht. Er startet auch nicht, der Countdown war anscheinend umsonst. Und jetzt bin ich hier in der App und muss jetzt nur noch das WLAN-Passwort eingeben. Das ist jetzt passiert. Dann wird jetzt quasi ganz kurz eine Verbindung nur zum Roboter hergestellt oder so. Und dann wird dem Roboter quasi das WLAN-Passwort gegeben. Danach wird sich wieder mit dem WLAN verbunden. Und der Roboter kennt dann das WLAN-Passwort, ist also mit dem WLAN verbunden und das Smartphone ist wieder mit dem WLAN verbunden. Also eigentlich ist jetzt alles optimal. Dann wird noch eine Verbindung zum Server hergestellt. Und das war es dann eigentlich auch schon fast. Also ihr seht es, es dauert so ein kleines bisschen. Aber das war es. Jetzt ist das Ding angemeldet in der App. Und das heißt, jetzt kann ich auch auf den Saugroboter 2 gehen. Und dann lädt es einmal kurz und dann habe ich hier so ein paar Manuals. Also zum Beispiel, wenn ich möchte, kann ich den hier über die App manuell steuern. Ich habe einen Spot-Modus oder ich starte halt den ganz normalen Auto-Clean-Modus. Das war es also. Dann kann ich hier zum einen den Akku checken. Der lädt jetzt natürlich, deswegen seht ihr da gerade auch noch nichts. Dann kann ich die Saugleistung einstellen. Ruhig reicht für meinen Boden hier definitiv aus. Ich habe hier Laminate und Plakett, also einen Hartholzboden, keinen Teppich oder so. Da braucht der jetzt nicht wahnsinnig viel Power. Aber dann kann ich hier, wenn ich möchte, auch noch sagen, wie genau er das macht oder wann er das macht oder so. Mal aktivieren oder deaktivieren. Also von mir aus kann er das gerne repeaten. Und einen Zeitplan kann ich auch direkt erstellen. Also sagen, wann er saugen soll, an welchen Tagen. Also dass ich sage einmal und zwar heute um so und so viel Uhr oder täglich um so und so viel Uhr. Also das geht schon, dass ich hier einen Zeitplan erstelle. Und dann habe ich hier am Ende auch einen Verlauf. Soweit so gut. Jetzt gerade lädt er aber noch. Und ich will nur sagen, das warten wir auch ganz kurz ab. Aufgebaut ist das Ding, eingerichtet ist das Ding und es war wirklich einfach. Ich fand das deutlich einfacher als beim Vorwerk VR200. Der hat WiFi eigentlich erst nachgerüstet bekommen und dann hat das relativ viel Aufwand gebraucht, um es dann endlich mal ins Netz zu kriegen. Mit dem neuesten Firmware-Update ist es immerhin halbwegs konstant, aber es ist deutlich weniger komfortabel. Beim Xiaomi ging es theoretisch fast genauso einfach, nur war die Anleitung auf Chinesisch und die App ist nur auf Englisch. Ist kein Problem, aber das geht vielleicht nicht jedem Nutzer so. Beim Samsung VR7000 extrem einfach, extrem schnell, schnell aufgebaut, schnell angeschlossen. Wir sagen, jetzt nur noch starten drücken und danach zuckelt das Ding los. Sonst würden wir sagen, mehr dann in Teil 2 des Zests, wo wir den VR7000, meine Fresse rührt er laut los, dann was genauer in Sachen Saugergebnis und vor allen Dingen auch im Vergleich mit dem Xiaomi anschauen. So, machen wir sauber hier und schubs nicht meine Pflanze durch die Gegend.